Ja, gut. Okay, wir sind der Klangbogen Rheinbrechts Böller, die man es nicht kennt. Rheinbrechts Böller liegt in Niederösterreich im Mezirk Horn und wir sind nominiert worden zu der Cold Water Challenge vom Chor St. Peter und Paul in Harersdorf. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall nehmen wir die Herausforderung an und da die Witterung nicht ganz mitspielt und bei uns noch der Winter draußen ist, haben wir auch gesagt, wir machen das innen, eine Indoor-Veranstaltung und wir werden jetzt ein Lied präsentieren. Und das dürfen wir glücklicherweise bei unserer Lieblingswirtin, bei der Gerte Heichinger. Morgen Gerte, kommen wir mal her, dass ihr alle seht. Das wird ja noch auf YouTube-Stück, gell? Das ist unsere Lieblingswirtin, die Gerte Heichinger in Zogelsach, der beste Heiligin in Niederösterreich, falls das passiert. Gut, und jetzt gehen wir's an und singen unser Liedl. Wer spielt da? Was singen wir? Also, wir singen unser Lieblingsherrigen Lied. Gut, geht schon. Ich brauchst du einen Ton? Nein. Ich habe viele. Geht schon. Ich habe viele. Ich habe viele. An Wein, ober an Gurtenbein, ober an Gurtenbein, ober an Wein, an Wein, an Wein, ober an Gurtenbein, den schlägt's nur ein. Ober an Gurtenbein, 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 ober an Gurtenbein Overhand Birnen-Schnops once more Anschlops Oh nuer Kavos생aberich, niemand ist vogene, disgang und kann und stets vertrauen Ino kaos, wenn man alles möglich ist, nein, doch, man kann uns nicht vertrauen. Oba anmost, 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 oba anbirnimos, oba anbirnimos, oba anmost, 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 oba anbirnimos, der uns nicht kost. Oh, nur kaos, wenn man alles möglich ist, nein, doch, man kann uns nicht vertrauen. Ino kaos, wenn man alles möglich ist, nein, doch, man kann uns nicht vertrauen. Ohm, Prost! So, dann sage ich mir herzlichen Dank, dass ihr alle Zeichnungen habt, wir kommen nämlich gerade vor der Chorprobe. Ein herzliches Dankeschön an die Hardelsdorfer. Wir laden euch leider jetzt nicht so eine Jasne hin. Das war die Bedingung. Das ist mir lieber selber. Das haben wir schon bestellt. Aber es würde uns trotzdem freuen, wenn man euch einmal sehen kann bei unserem Konzert am 31. Mai in Rembrichsvölder. 30. Mai? Oh gut, 30. Mai. Wenn ihr nicht, dann könnt ihr am 31. Mai noch mal. Ja, am 31. Mai, passt. Ja, und weil es so der Brauch ist, weil wir so lange Zeit gehabt haben, müssen wir oder dürfen wir auch ein paar Chöre nominieren für die Cold Water Challenge. Und wir geben ihnen Zeit bis 30. Mai, wenn sie irgendwas los geht, bis 30. Mai ebenfalls ein YouTube-Video zu erstellen oder YouTube zu erstellen. Und zwar schlagen wir vor, Daniel, wem könnten wir vorschlagen? Was fragst du? Wie? Du hast mich schlagen Sie vor. Nein, nein, aber nicht in einem Chor, wo ich schon dabei bin. Wir schlagen vor, den Sinkkreis Kühnring, oder Sinkgemeinschaft heißt es, Sinkgemeinschaft Kühnring und den Sinkkreis Zogelsdorf. Also, ihr beiden Chöre, viel Spaß bei der Cold Water Challenge. Danke, alle. Los, alle. Liebe YouTube-Zuseher, wir haben irgendwas vergessen. Und wir wollen Facebook auch sein. Stimmt. Nicht auf Facebook, YouTube. Liebe YouTube-Zuseher, wir haben was vergessen, und zwar, wenn die Sinkgemeinschaft Kühnring oder der Sinkkreis Zogelsdorf unsere Forderungen nicht erfüllt bei der Cold Water Challenge, sind wir natürlich auf eine Jause eingeladen bei Ihnen. Nein, das wollte ich nur sagen. Wie lange haben Sie jetzt Zeit? Bis zum 30. Mai. Bis zum 30. Mai muss das natürlich fertig sein. Das ist aber herzlichen Dank. Und dem Atom. Das ist aber herzlichen Dank. Und das ist aber herzlichen Dank. Das ist aber herzlichen Dank. Das ist aber herzlichen Dank.